Es ist Zeit, ein dunkles Kapitel zu öffnen. Shadow Soul in Sonic Adventure 2 Battle Dark Story. Dum dum dum. Ja genau, da bin ich wieder. Ich, nach dem ersten Madness Day, mache ich weiter mit meinem ersten Walkthrough, Sonic Adventure 2. Diesmal mit der Dark Story. Es gibt eigentlich nur eins, was mich großartig an der Dark Story stört. Und das werdet ihr gleich sehen. Aufpassen. Ja, ihr spielt Eggman. Ich hasse ihn. Bisschen laut. Schon besser. Geheimwaffe. Mysteriös. Okay. Der erste Stage der Dark Story. Iron Gate. Eggman. Ich hasse diese Eierbirne. Also, lauf. Und nicht, stirb nicht. Mach die Tür auf. Brenn durch. Brenn hier durch. Mach die Put. Dankeschön. Okay. Let me go. Neppe. Noch eine. Okay. Oh, ey. Oh, gar nicht. So, jetzt wird's langweilig. Ich stehe auf einem Kabel? Fuck. Ah. Fuck. Was ist mit meinem Kabel? So. Okay. Awesome. Now it works. Jetzt ist alles funktionierend. Einfach bereit. Rrrrrr. Rrrr. 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 Rrrrrr. Rrrr. Okay. Die. Duau. Rrrr. Rrrr. Nyeow. Nyeow. Yeah. Oh, yeah. Extra life. Ah. Give me that. Dankeschön. Rrrr. Die now. Ich hasse diesen Lift. Mach hinne! Mach hinne! Mach hinne! Meeeee! 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 Ja! Ja! Ne Radical! Das war awesome! Äh! Gimmie! Die! Hey! Meeeee! 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 Mach die Tür auf! Dankeschön! Tür auf! Tür auf! Tür auf! Tür auf! Äh! Das ist das! Radical! Tür auf! Ich habe gesagt! Danke! Ah, gut! Ich habe es gleich gesagt! Mach Tür zu! Und mir aus! Hehehehe! Let's start a big bad fucking rocket! Hehehe! Bye bye, Dua! Pui! Pui! Hiii! Hiii! Und warm! Damm! Yoshi! 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 Now you know why! I am the best! Yeah! I feel like Freeza! Pliing! Yeah! I'm Freeza! Why I'm Freeza, I don't know! Hehehehe! Wuuuuhhh! Let's see another fucking cutscene! Level 7! Ding! Go! Okay! Okay! Schon gelöst! Wird die kann denn? Nö. Ha, jetzt glaube ich mich unter deinem Namen ein. Muhaha. Oh, der hat so shiny thingies, die mich auch machen. Wieso sitzen meine Socken so unbequem? Ich mag das nicht. Bounce. Eierkocher. Epic Machine. Und keine Ahnung, was das ist. Ho, ho. Du bist echt zu doof, oder, Jaggi? Du bist nicht Sonic. Das ist impossibel. Das ist impossibel. So was dienst du? Shadow, du bist was besseres. Schuhe. Die will ich auch haben, die sind cool. Okay, let's do this shit. Wisst ihr was? Das ist kein Hotshot. Das ist gleich Hot Schrott. Das ist gleich Hot Schrott. Komm schon. Mach aus dir Hot Schrott. Komm her. Ah, shit. Ah, shit. Haha, ich hab dich dafür zweimal getroffen. Because you suck. Oh my god. Yeah. Wait, 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 wait. Da. Aaaaaaahhahaha. Hey, hey. Hey, 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 hey. Ha ha, you suck. Komm, komm her, ich kann dich nicht seh- Ha ha ha! Komm her, ich mach dir den. Ja! Oh nein! Ja! Now you dead! Weeeee! Shadow, King of Awesomeness. Yeah! Destroying that dark robot was spectacular! So, Shadow, you are the military's top secret weapon. Ne! But what did you mean, when you said you will grant me a wish? Ist er ein Flaschenkreis, oder was? Shadow, wait! I'll be waiting for you in the central control room on the Space Colony Ark. Ark! Ark! My pirate, Ark! Okay. Did, 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 wüsste. Wisst ihr was? Das sparen wir uns, das kennen wir schon. Oh, aber Knuckles ist voll ausgerüstet. Lassen wir das, das kennt ihr schon. Wenn ihr die Katze noch nicht kennt, guckt euch die Hero Story an, da hab ich sie gezeigt. Bing! Dry Lagoon. Die größte Waffe, stärker Traumcolony Ark. Kill this robot! It worked! Do it again! Beste Waffe überhaupt! Und jetzt ins Wasser! Okay, was hinweist. Uh, 6 Sekunden. Okay. Wait a minute. Auf! Oh! Oh! Kletter, kletter, kletter! Uh, not really. Okay. Yeah! Äh, auch nicht. Gib mir noch einen Hinweis. Gib mir noch einen Hinweis. Große Ohren! Bin ich schon! Stupid, ey! Okay, falsch! Mensch! Oh, da ist er! Ey! Gimme! Dankeschön!